wir sind centra keine ahnung wer das ist schon auch so einer mit sechs abonnenten oder mit 100 erstellt gaming kris und morgen also wirklich wenn der end ist morgen nicht schon auf den Linien also auf den Ausbilder der Endys morgen bekommt sie benehmen ist bei dem in Frankfurt und aus die PA Ausbilder ich baue doch keine PA ist sie dumm die können wir einfach ein paar Beins geben nein hier da hat sich doch dieser Endys hier beworben hier zu PA der wurde auch angenommen so allerdings der war hier gerade im Channel der hat ein Benehmen von weiß ich nicht ach so ist das schreibt man den A N I Q Z ne E N N N I Z ah ja der gibt sich ja als 18 an hat aber eine geistige Reihe von einem 12-jährigen kommt hier rein darf ich dir mal ins Gesicht vorziehen und alles keine Ahnung ich freue mich schon auf morgen wenn er heitet wird dann läuft die ganze Sache andersrum eventuell wenn wir morgen dumm kommt das gleiche raus ich könnte den ganzen Tag auf meinem Desktop hängen ne ich hab ja so'n so'n ja wie ne ich das und die Wallpaper Engine kennt sie bestimmt ne was für Wallpaper Wallpaper Engine kennst du bestimmt ne nö hast ein Video äh das ist der Hintergrund Clan erstellt wo die Opa ich finde es ganz lustig es ist wie gesagt wie ein normaler Hintergrund eben nur dass es zu kein Standbild hast sondern Video sag ich mal im Hintergrund Blöcke noch Musik oder sonst was ich in dem Farb jetzt den Techno Hintergrund schöne Effekte und Techno Musik läuft BAM 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 Peter macht jetzt Pizza, Peter geht jetzt schlafen. Gut, Peter. Habt euch wohl. Bis später. Peter Zwickadian hat den Channel verlassen. Gut, Peter. Peter Zwickadian hat den Channel verlassen. Peter Zwickadian hat den Channel verlassen. Peter Zwickadian hat den Channel verlassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Don't miss. You're disrespecting the lady, huh? Coming through. Get out the way. Get out the way. Watch yourself. I can't believe how much a bitch you are. I'm a lady.